All right, hey, haben wir noch ein, zwei Videos? Ich glaube, ich hatte noch ein Video, was ich gucken wollte mit euch. Ah ja, der Untergang von Wetten, dass, von Simplicissimus, habe ich noch nicht gesehen. Let's get it. Ein Samstagabend. Du bist neun Jahre alt, frisch gebadet und schon im Schlafanzug. Egal, was jetzt kommt, Beste, Digga. Holy shit. Familie sitzt im Wohnzimmer um den Fernseher herum. Auf dem Tisch stehen Gummibärchen und Flips. Wow. Seine Oma hat ihr eine heiße Schokolade gemacht. Wow. Wetten, dass. Heute aus Mannheim. Thomas Gottschalk trägt mal wieder einen lustigen Anzug. Ich muss sagen, ich habe Wetten, dass noch nie live gesehen, glaube ich. Also noch nie, nicht einmal. Aber ich glaube, ich habe so dasselbe Feeling gehabt mit Schlag den Rab. Boah, Digga, what the fuck, Alter. Das war so geil. Holy shit. Schlag den Rab, Alter, so geil. Und dann da schön vier Stunden sitzen, Junge. Zu Gast sind Karl Lagerfeld, Steffi Graf und Johannes B. Kerner. Elton John singt ein Lied. Ein Mann bläst Kerzen mit der Nase aus, ein anderer löscht eine brennende Hütte, indem er Wasser darauf spuckt. Und 15 deutsche Zimmermänner schlagen aus einem nicht nachvollziehbaren Grund innerhalb von dreieinhalb Minuten 2000 Nägel in ein Balken. Pierce Brosnan muss ihnen dabei zugucken. Du hast ein warmes Gefühl im Bauch. Alles ist gut. Wetten, dass war die größte deutschsprachige Show, die jemals existiert hat. Michael Jackson, Madonna, Britney Spears und viele weitere Weltstars waren zu Gast. In ihren Hochzeiten hatte die Show über 20 Millionen Zuschauer. Bro, das habe ich gehört. Ich habe vor zwei Tagen mit jemandem darüber gesprochen. Wahrscheinlich sogar über dieses Video. Ich weiß es nicht mehr genau. Bro, das können doch niemals 20 Millionen Live-Concurrent-Viewer gewesen sein. Das müssen doch 20 einzelne Leute gewesen sein, oder? Also so im Sinne von, wenn jetzt einer am Anfang der Sendung einschaltet und irgendwer am Ende, dann zählt das quasi. Bro, Alter, 20 Millionen Concurrent wäre ja so hart. Bro, Alter, überleg mal. Let's Dance hat, glaube ich, fünf Mio. Doch, lief doch sonst nichts. Ja, aber Bro, 20 Mio, Digga, das ist überviel, Bro. Jeder vierte Mensch würde das gucken in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie viele deutschsprachige Leute gibt es da noch mit Schweiz und Österreich und so? Vielleicht 100 Mio oder so? Weiß ich genau. Aber trotzdem, dann halt jeder fünfte, you know? Alter, jeder fünfte, überleg mal. Das ist ultra heftig. Aber ja, klar, es kann halt jeder aus der ganzen Familie gucken, aber trotzdem crazy. Doch Wetten, dass war mehr als nur plumpe Unterhaltung. Wie keine andere Sendung hat Wetten, dass gezeigt, wie wir uns als Nation wahrnehmen. Wie wir miteinander umgehen, worüber wir sprechen oder auch lieber nicht sprechen. Und welche Macken wir von Generation zu Generation weitergeben. Wetten, dass ist ein Stück deutsche Kulturgeschichte. Ja, auf jeden Fall. Und doch ist die Show irgendwann tragisch abgestürzt. Wie konnte das passieren? Oh, guten Abend, meine Damen und Herren. Cheat & David-Folge. Bitte probieren Sie das nicht. Du hast ja immer einen Spruch drauf. Oh, oh, oh. Oh, das war der Auto-Jumper, oder? Ich zieh das so langsam. Alter, wie ich voll auch da vor Ohren. Dann sag ich lieber gar nichts mehr. Heute darf man nichts mehr sagen, wa? Bei Wetten, dass sind oft Dinge passiert, die man so nicht kommen sehen hat. Auch in unserem Alltag können unvorhergesehene Dinge passieren, vor denen man sich womöglich absichern will. Hier kommt Clark ins Spiel. Okay, bro. Versicherungen sind oft kompliziert. Es gibt etliche Anbieter und man hat nicht wirklich Lust, sich damit zu beschäftigen. Recht hat er. Ey, ganz kurz zu diesem, man darf nichts mehr sagen. Ich check, dass es bei manchen Sachen ein bisschen, dass man ein bisschen übertrieben an die Sache rangeht. Aber bro, sind wir ehrlich, so acht von zehn Sachen, die man nicht mehr sagen darf, war auch crazy, dass man die mal jemals sagen durfte, you know? Also muss man auch ganz ehrlich sagen, bro, da sind wirklich sehr viele Sachen und auf jeden Fall überwiegend viele, in my opinion, Dinge, die gut sind, dass man die nicht mehr sagt, you know? Richtig. Mit Clark kannst du einfacher denn je herausfinden, welche Versicherungen für dich sinnvoll sind und welche nicht. Und was man auch sagen muss, ich würde da auch nochmal differenzieren zwischen Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und private Leute. Also so, wenn da jetzt so ein bisschen drübermäßiges Ding gesagt wird in der Friend-Group von drei Leuten, vielleicht sogar als, also vor allen Dingen halt als Gag. Okay, keine Ahnung. Aber jemand, der in der Öffentlichkeit steht, bro, ja, man, holy shit, achte halt ein bisschen drauf. Ja, zum Beispiel das alte Wort für Schokokuss oder so. Digga, musst du da, also Real Dog, also das musste nicht sein, so, you know? Also das gab gar keinen Grund dafür. Also vor den finanziellen Folgen einer Berufsunfähigkeit schützen willst, macht ein... Auch sowas wie das alte Wort für Paprikasauce. Heißt das Paprikasauce? Ihr wisst, was ich meine, ne? Die Z-Sauce quasi. So, ist es halt eine Beleidigung für eine Kultur. Bro, dass es jetzt Paprikasauce heißt, bringt mich jetzt nicht um, weißt du, was ich meine? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung vielleicht sind. Die Sasa-Sauce. Also kannst du dich von den Experten von Clark beraten lassen und per Chat, Telefon oder Videocall offene Fragen klären. Wichtig, wenn du dich anmeldest, wird Clark dein neuer Versicherungsmakler und vertritt deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code Simpli24 könnt ihr euch Best-Choice-Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App holen und insgesamt drei bestehende Versicherungen hochladen. Juckt halt privat niemanden? Also Bro, ich weiß nicht, also wenn jetzt jemand in meinem privaten Umfeld zu Schokokuss den N-Wort-Kuss sagt, Bro, dann würde ich nicht mehr mit der Person chillen, sage ich ehrlich. Auch wenn ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, weil das ist wirklich crazy unnötig einfach. Der zweite Weltkrieg ist vorbei. Die Deutschen wollen unterhalten werden. Das Wirtschaftswunder ist in vollem Gange und schon bald steht in jedem Haus ein kleiner Röhrenfernseher. Ein Symbol... Alter, das muss so heftig gewesen sein. What the fuck? Stellt euch vor, auf einmal ist es nichts da, auf einmal stellt da jemand so eine Glotze hin, Bro. Gut, vielleicht kommt es dann doch hin mit den 20 Mio, Bro. Weil so, das war auch gerade, also es ist ja auch relativ neu noch gewesen alles und so, holy shit. Bro, also Leute, Freunde, also wirklich, ich lasse, wir können bei vielen Sachen diskutieren, okay, bin ich für alles down. Also Freunde, wir müssen jetzt nicht diskutieren, dass man zu Schokokuss N-Wort-Kuss sagt, Bro. Also bitte, what the fuck, dann verpiss dich vom Channel, was ist das denn? Bro, was? Wollte ich mich verarschen, Digga? Ich weiß, Freunde, ihr fahrt in eurem tiefer gelegten, getunten alten BMW rum, Bro, mit extra Subwoofer hinten drin, aber chill, holy shit. Bro, Digga, das ist so ein simpler Change und hat eine ultra, also wahrscheinlich das rassistischste Wort, was es gibt, Bro, mit in dem Wort drin. Digga, und Schokokuss ist jetzt wirklich nicht schlimm, also holy shit. Das ist verrückt, Leute, wirklich. Das hat, ja genau, das hat null Einfluss auf euer Privatleben. Das ändert in eurem Leben gar nichts, außer, dass ihr ein bisschen respektvoller gegen Leute, die halt black sind, seid, so. Das ist das Einzige, was sich ändert, holy shit. Also, keine Ahnung. Ja, naja, müssen wir nicht, also, ne? Liebe Grüße an die TikTok-Kommentarsektion. Pause, ein kleiner Röhrenfernseher. Ein Symbol für ein gutbürgerliches Leben. Man kann sich auf nie dagewesene Weise informieren und unterhalten. Wöchentlicher Höhepunkt ist der Samstagabend. Liegt das jeden Samstag? Wir wissen, dass wir heute wiederum in Hannover sind, diesmal am Matschsee. Hans-Joachim Kuhlenkampf ist in den 60ern Westdeutschlands größter Showmeister. Ah, so, ich dachte, ich dachte. Ah, die meinten so im Sinne von, ah, so, okay, von der ersten Show, okay, okay. Er will gucken, jetzt mal weiter. Er ist locker, charmant, allseits beliebt. Er moderiert verschiedene Quiz-Sendungen und Talkshows bei den Öffentlich-Rechtlichen. Seine erfolgreichste Sendung ist Einer wird gewinnen. Was ein Scheißname, Bro. Was ein Scheißname, wie unspannend, Digga. Einer wird gewinnen. Die Stars kommen aus In- und Auslands. Die Spiele sind oft albern, manchmal aber auch anspruchsvoller und mit Bildungsauftrag. Das ist Voltaire. Das ist Voltaire, gehört. Friedrich der Große. Richard Wagner. Und Friedrich Nietzsche. Eine Show nach der anderen mit neun Moderatoren schießt aus dem Boden. Häufig sind es Kopien von amerikanischen Formaten. 1981 vereinigt Moderator Frank Elstner das Beste aus allen Shows zu etwas völlig Neuem. Eine Mischung aus Talkshow, Gameshow und Hitparade. Ah, true. Frank Elstner war der Erste, ne? Nach nur vier Jahren erreicht die Sendung allein in Westdeutschland über 23 Millionen Zuschauer. Alter, what the fuck. Die haben mehr Menschen eine deutsche Unterhaltungssendung gesehen. Es ist eine Show für die ganze Familie. Junge, überleg mal, was für crazy Zahlen das sind. Ich glaube, das wäre heute alleine schon aus dem Fakt nicht möglich, weil das Angebot so crazy, wie sagt man das, Variety-mäßig, ich komme gar nicht auf Deutsch, variabel ist oder so. Du kannst Musik hören auf Spotify, du kannst Netflix, du kannst Disney+, du kannst Streaming gucken, du kannst YouTube-Videos gucken, du kannst Podcasts hören. Alles, bro, you know? Das ist crazy. Es ist eine Show für die ganze Familie. Die Wetten sind wenig spektakulär, fast schon übervorsichtig. Elstners Moderationsstil ist höflich, seine Sprüche brav, er siezt seine Gäste. Matthias, Sie sind ein Schmied mit Leib und Seele. Kann man sagen. Und haben auch eine eigene Schmiede. Ja. Und mit was beschäftigen Sie sich am meisten? Ja, mit allem, was man so machen muss, ne? Jetzt habe ich eine Bitte an Sie. Richtig spannend, holy shit. Sie zu Hause, liebe Fernsehzuschauer, bitte probieren Sie das nicht, weil ich habe da auch ein bisschen Sorge davor. Nach sechs Jahren will er die Sendung abgeben. Das ZDF steht vor der schwierigen Aufgabe, einen Nachfolger für ihr Kronjuwel zu finden. Sie entscheiden sich für jemanden, der bereits bei Wetten, dass zu Gast war. Du hast ja immer einen Spruch drauf. Wie fällt einem eigentlich so viel ein? Wait, woher kannte man ihn vorher? Was hat Thomas Gottschalk vorher gemacht? Ich weiß nicht. Dass er da zu Gast war. Thomas Gottschalk ist anders als Elstner. Er hat sich in der Unterhaltungsbranche bereits einen Namen gemacht. Aber Karate müsstest du doch können. Klar, ein paar Hammerschläge habe ich schon. Willst du mal sehen? Er ist nicht nur Schauspieler, er gilt auch als schlagfertiger Moderator. Deutsche Lio. Und er hat einen gewissen Charme. Die Andrea kümmert sich dann um den Gewinner, da wäre ich jetzt schon eifersüchtig. Gottschalk ist jung, frech und provokant. Er testet gerne Grenzen aus. Wetten, dass hingegen ist eine Familiensendung. Das ZDF geht mit ihm als Moderator ein großes Risiko ein. Gottschalk will herausfinden, wie weit er gehen kann. Er verspricht neue, unkonventionelle Wetten. Wetten, dass Rolf Fischer auf einen 5 Meter hohen Turm kommt, mit Hilfe einer Rolle Toilettenpapier. Bro, das ist doch Agu. Digga, was macht Chiangu da? What the fuck? Wetten Papier. Ah, holy shit. Wetten, dass Bernd Braun und Ralf Gamersheim eine in der Mitte durchgesägte Holzbrücke so lange waagrecht halten können, bis eine 50-Mann-starke Dudelsack-Gruppe im Gleichschritt hinübermarschiert. Bro, was eine Scheiße, Bro, was eine Scheiße, Digga. 83 Mann auf 9 Motorrädern, mehr als 100 Meter weit fahren. Michael Marschall aus Rendsburg wettet, dass er 30 Musiktitel am Brustmuskelzücken seiner Freundin erkennt. Tim Vetter aus Tutzing wettet, dass er einen Hundenapf schneller ausschlabbern kann, als sein Labrador Lacken. Digga, was eine Scheiße, Bro. Junge, what the fuck? Was war die Wette gerade bei Matthias Schweighöfer aus Fick mich in den Arsch? Wettet, dass er sich neun Maisstücken in seine Nase reinschieben kann, Bro, mit seiner Zunge, oder was war da die Wette? Digga, was zum Fick war das, Digga? Werden unter Gottschalk risikoreicher, spannender, skurriler. Die Wetten sind auch ein Safe Space, um die deutsche Kultur zu feiern. Eine Nation von Kartoffelschälern, Tierliebhabern und Nutzfahrzeugfetischisten vergewissert sich ihrer Identität. Oh, das kenne ich, das habe ich gesehen. Gottschalks unverwechselbare Art hält die Show zusammen. Er ist Clown, Charmeur, Sprücheklopfer, Sunnyboy und deutscher Willy Wonka in einem. Gleichzeitig ist er sehr locker, zugänglich und nahbar. Er testet auch hier immer wieder Grenzen auf. Das trifft mich hart. Ja? Ja. Oh, ist er eifersüchtig? Sehr. Ja. So, ich dachte schon, er zieht den Colt raus hier. Nein, ich denke, er spricht kein Deutsch. Gottschalk kann jede kleine Unverschämtheit und jede Anspannung mit einem flapsigen Spruch schlagartig auflösen. Man lässt ihm viel durchgehen, weil er selber einen Witz darüber macht. Ich brauche gute Laune, um mich wohlzufühlen, also erzeuge ich die auch für andere. Das Weglassen der Regeln, das ist Unterhaltung, dieses sich über Regeln hinwegsetzen und dieses Auflösen. Nur gestandene, leicht genervte deutsche Schauspieler trauen sich, ihm Kontra zu geben. Komm auf den Film zu sprechen, der ist mir wichtiger als das, was du redest. Jetzt im Moment. Boah. Boah. Jetzt. Oh. Er ist einfach sehr, sehr kompliziert. Ich auch. Ja, das wissen wir alle. Das wissen wir. Du hast durch deine Filme wirklich sehr viel gezeigt, wie kompliziert du bist. Du hast einen sehr schönen Film. Digga, holy shit. Gottschalk schafft eine Wohnzimmer-Atmosphäre. Das Sofa mit den Gästen wirkt wie ein deutsches Familientreffen. Papa Gottschalk und Mama Hunziker hänseln sich mal wieder. Oma Inge Meisel lobt die Sportskanone der Familie Bastian Schweinsteiger. Die künstlerisch interessierte Nichte Lena wird vom nervigen Onkel Bohlen getadelt. Der Urlaubsflirt der Tochter, von dem alle wissen, dass es eh nichts wird, sitzt auch deplatziert dabei. Es wird nur über Wohlfühlthemen gesprochen. Ernstes und politisches wird konsequent umgangen. So Herr Bundeskanzler, also Sie sehen, fröhlicher Empfang ist auch mal ganz entspannend in einer Runde, wo es nicht um Stress und Dingens geht. Kann man sagen, ja. Auch internationale Stars fühlen sich trotzdem... Ey, aber man muss sagen, an sich wirklich ein sehr, sehr geiles Format. Ist schon sehr interessant. Ich meine, klar, es ist halt auch wieder gespiegelt durch den Erfolg, aber Bro ist schon geil. Schon ein interessanter Alter. Vor allem, die hatten da ja wirklich auch extrem abwechslungsreiche Sachen, muss man ganz klar sagen. Also, die wetten das als Kind war, oh Gott, crazy. Ja, ich hab's leider nie live gesehen. Und ich einmal... Sprachbarriere und Simultandolmetscher wohl auf der Couch. I go zur Sicherheit dazwischen. Der ist ja für... Was die für Line-Up da hatten an Gästen. Holy Shit. Eins, zwei, drei. Gottschalks Nahbarkeit, Selbstironie und Lockerheit wirkt ansteckend. Gottschalk hat, wie er selber sagt, die Menschen entkrampft. Oder was ist das hier? Olaf Schuster aus Oberhausen wettet, dass er zwei Minuten in Käse tauchen kann? Oder was ist das hier? Was ist hier die Wette? Bro, hä? In Senf, Bro? Der Marktanteil liegt in den 80ern und 90ern regelmäßig bei über 50%. Alter, what the fuck? Zwischen 15 und 20 Millionen Menschen schauen sich die Shows an. Wetten, das gilt als größte... Junge, ich glaube, jetzt ist so, wenn du so 10% hast oder so, ist das crazy. Digga, 50%, Alter. Größte Show Europas. Das Format wird in die ganze Welt exportiert. In die Niederlanden heißt es Wetten, Dat. In Spanien, Que Apostamos. Oh, ist Wetten, dass ein... Okay, das ist anscheinend ein original deutsches Format. Digga, holy shit. Einer der wenigen. ...I wanna bet. Die Wette auf Gottschalk zahlt sich für das ZDF aus. Gottschalk und Wetten, dass sind die unangefochtene Spitze der deutschen Samstagabendunterhaltung. Digga. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Wetten, dat. Der Anfang vom Endgarten. Yes, Conny. That is your umbrella. Äh, ja Conny, das is dein Kamm, glaub ich. Anfang der 2000er. Aus den USA schwappen immer mehr Formate herüber. Das deutsche Privatfernsehen verbucht einen Erfolg nach dem anderen. Die Shows werden schneller, verrückter, aufregender und teils niveauloser. Es gibt neue TV-Stars und Showmaster, die unterhalten und polarisieren. Alter, wer wird Millionär auch goated, man. Der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße. Der Eimer. Der Eimer. Classic. Das, das ist das Beste, was deutscher Fernsehen je hatte, Bro. On God. Bruder. Holy shit, Junge. Das war perfekt. No joke. Das war einfach perfekt. Digga, ich meine, das ist ja quasi das, was Basti und ich bis heute noch in unsere Streams übernehmen. Das ist ja ultra das Vorbild, diese Olympiaden, die Basti und ich machen. Bro, das ist perfekt. Das ist einfach genial. Wirklich. Bei Wetten, das hat sich seit mehr als 20 Jahren nicht viel verändert. Es gibt immer noch Baggerwetten. Die Gäste... Okay, warte, sorry. Das Einzige, was mich abgefunden hat bei Schlag den Rab war immer dieses... Digga, es hat immer so eine Stunde 30 gedauert, Junge. Und es wurde irgendwie viermal das Gewinnspiel vorgestellt über so ein Opel Twingo oder Opel... Wie heißt der? Opel Twizy oder so. Keine Ahnung, so ein Scheiß-Auto. Sorry. Irgend so ein kleines... Egal, irgendein Auto. Ist ja auch scheiße, es geht nicht ums Auto. Und währenddessen, Bro, wurde dann innerhalb von einer Stunde 30 gefühlt der Kandidat erst ausgewählt, Junge. Das hat immer so lange gedauert, Bro. Keine Ahnung, mich juckt nicht, wer diese sieben Leute sind. Heilige Scheiße, Digga. Die Gäste heißen immer noch Peter Maffay und Iris Berben. Jede Sendung dauert minimum drei Stunden. Boah, auch lange. 2003 verliert Wetten, dass jährlich rund eine Million Zuschauer. Zwischen 1997 und 2009 werden fast alle internationalen Ableger eingestellt. Der US-Ableger hat es nicht einmal über die erste Staffel hinaus geschafft. Das Format kann auf dem amerikanischen Markt von Anfang an nicht mithalten. RTL nutzt die Schwäche des Kolosses aus und wagt im Jahr 2007 den Frontalangriff. Zum ersten Mal lassen sie mit Deutschland sucht den Superstar eine großproduzierte Live-Show gegen Wetten, dass antreten. Oh, zur selben Zeit so mäßig. Äh, muss man auch sagen, egal, ne, Dieter Bohlen auch ein Goof-Lord, aber so, man muss ganz klar sagen, Junge, Deutschland sucht den Superstar, auch Goate trotzdem. Alter, legendär gewesen früher, holy shit, Junge. Digga, man hat zwar immer nur die Cassis geguckt, aber es war als Kind überkrass. What the fuck. Der Marktanteil von Wetten, dass rutscht auf ein Rekord-Tief von 33,5%. Alter, aber immer noch krass, immer noch crazy. Wetten, dass ist schlagbar. Gottschalk fürchtet sich offenbar vor der Konkurrenz aus dem Privatfernsehen. Seine Sendung muss irgendwie mithalten. Die Gäste werden jünger. Viele kommen aus dem Privatfernsehen. Wetten, dass verändert sich. Auch wenn Gottschalk sich immer noch klar abgrenzen will. Bitte, wir sind hier nicht bei RTL 2, Freunde. Also ein bisschen Stil muss sein. 2009 fällt die jährliche Quote erstmals unter 10 Millionen. Spiegel Online schreibt, Gottschalk könne kaum noch Interesse an seinen Gästen aufbringen. Die Interviews verkämen zum Geplapper. Die Wettideen gehen aus. Also, Bagger, Hindernis, ein riesiger Steinklotz und er behauptet allen Ernstes, er fährt mit seinen Bagger über diesen Steinklotz. Das hört sich so scheiße an. Die Wetten brauchen mehr Risiko, mehr Action. Ich hatte eben Kandidaten, wo ein blinder Junge, ich erinnere mich, durch das Kratzen an Joghurtgläsern irgendwie die Haltbarkeitdaten erkennen konnte und wo harmlose Geschichten passiert sind, die aber zusehends schlaffer gewirkt haben. Es gab dann aus Amerika dieses Jackass, ich weiß noch, da saß einer in so einem Einkaufswagen und fuhr damit den Berg runter. Aber gut, konnte das nicht ausgehen. Aber das war die direkte Konkurrenz gegen die, die damals angetreten sind. Und dann kam einer, der gesagt hat, ich springe auf Stelzen über Autos. Und ich habe gesagt, das ist... Das klingt so, als hätte Thomas Gottschalk kranke Mitspracherecht zu den Wetten gehabt. Jackass. Und... Puh, ja, naja, gut. Das ist etwas, wo man natürlich sich im Nachhinein sagen kann, muss es denn so sein? Crazy, weil ich dachte, dass sowas abläuft. Einfach, dass die dem sagen, so, Thomas, pass auf, hier heute haben wir den Atzen, der heute in zwei Liter Hundescheiße taucht. Dann haben wir einen, der kann irgendwie mit seinen Fußnäkeln erkennen, wie lange noch diese Bockwurst haltbar ist. Und einer, der kann über Ziehen an seinem Hodensack erkennen, welcher Song gerade läuft oder so. You know? Und dann, bumm, moderiert die Scheiße mal. Aber anscheinend hat der Mitspracherecht. Wir wollen auf gar keinen Fall jetzt in einer Situation, wo hier wirklich ein Notfall vorliegt und Sie haben gesehen, wie es dazu gekommen ist, einfach weitermachen mit Jux und Dollerei. Wir wollen uns ganz klar vergewissern, dass der junge Mann in Ordnung ist, dass Samuel gut geht. Willkommen zum Heute-Journal an einem Fernsehabend, der hier im ZDF leider von einem schweren Unfall überschattet wurde. Viele von Ihnen werden vorhin die Sendung Wetten, dass gesehen haben und sich Sorgen machen. Für Moderator Thomas Gottschalk war es ganz sicher einer der schwierigsten Momente in seiner Karriere. Eine Unterhaltungssendung überschattet von einem schweren Unfall. Aber ja, ich meine, sowas, also, ja genau, jemand schreibt es gerade im Chat auch. Ich glaube, sowas musste at some point passieren, ne? 2010, das ist gar nicht mal so lange her, bro. Das haben wahrscheinlich ein paar Leute im Chat sogar live gesehen. Das ist krass. Doch leider hat Samuel sich tatsächlich sehr schwer verletzt, wie die Ärzte der Universitätsklinik Düsseldorf heute bekannt gaben. Und da gibt es heute schon weitgehend Gewissheit über so eine Zukunft, wenn auch eine traurige. Die Lähmung bleibt, sagen die Ärzte. Der Sturz während der Live-Sendung hat eine Querschnittslähmung zu erfolgen. Boah! Ich erinnere mich natürlich an diesen Moment, weil er ein einschneidender Moment in meiner Fernsehtätigkeit war. Weil mir natürlich die ganze Unsinnigkeit meiner Unternehmungen, wenn sie mir nicht schon vorher aufgefallen wäre, spätestens da aufgefallen ist. Warum muss ein Mensch den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen, nur weil er glaubte, bei mir auf Stelzen über Auto springen zu können? Was ich mir vorwerfe, ist, dass wir dieser beginnenden Gier an Action nicht widersprochen haben. Der Unfall von Samuel Koch verändert Wetten, dass für immer. Nur ein Jahr später hört Gottschalk auf. Unterhaltung muss man nicht ernst nehmen. Ich sage Ihnen, auch ich habe mich nie ernster genommen als das, was ich für Sie präsentiert habe. In diesem Sinne herzlichen Dank, gute Nacht, es war eine tolle Zeit, auf Wiedersehen. Dankeschön. Das ZDF steht vor einer unglaublichen Aufgabe. Es braucht einen Nachfolger für eine Show, auf der der Schatten eines furchtbaren Unfalls liegt. Wer kann in die Fußstapfen eines beispiellos beliebten Vorgängers treten? Harpe Kerkeling und Jörg Pilawa sagen ab. Die dritte Anfrage ist erfolgreich. Markus Lanz! Wow! Jetzt wird es ganz schlimm. Keiner mochte den. Ich habe absolut keine Ahnung über Markus Lanz, muss ich sagen. Ich weiß unfassbar wenig über den, Alter. Ich weiß nur, ich glaube, der hat eine Talkshow und der hat einen Podcast. Das ist alles, das ist basically alles, was ich weiß. Das Konzept der Show wirkt schon in den letzten Gottschalkjahren überholt. Doch mit Lanz wird es noch schlimmer. Cringe made in Germany. Scheiße, Dinger. 3. November 2012. Stadthalle Bremen. Zweite Sendung mit Markus Lanz. Halle Berry und Tom Hanks sind da, um ihren neuen Film zu bewerben. Sie werden eiskalt mit der deutschen Unterhaltungskultur konfrontiert. Wir haben Halle Berry ja auch gerade gesehen in einer sehr, wie soll man, sie war nicht bis zur Unkenntlichkeit bekleidet in der Szene, die wir vorhin gesehen haben. Wie ist das, wenn man sich ausziehen muss plötzlich und da drum stehen 20 Mann? Dinger, Bro. Später soll sie sich bei verlorener Wette ihre Fingernägel lackieren lassen. Doch Lanz hat spontan eine bessere Idee. Und damit es keine Strafe für sie ist, muss sie nicht mich küssen, sondern Oliver Welke. Ein überforderter Tom Hanks muss später mit aufgesetzter Katzenmütze dabei zusehen, wie drei deutsche Männer in einem Kartoffelsack um ihn herumhüpfen. Tom, Sie müssen das nicht machen, ja? Ich habe so keine Würde mehr im Leib. Dinger, stell dir vor, du kommst den kompletten Weg aus Amerika nach Deutschland, damit drei erwachsene Männer mit Kartoffelsack um dich herumhüpfen im Fernsehen. Hanks sind so entsetzt, dass sie während eines Musik-Acts einfach abhauen wollen. Das wird nur in letzter Sekunde verhindert. Später lässt Tom Hanks sich ausgiebig bei der Bild über das Format aus. Wenn in Amerika eine Fernsehsendung drei Stunden laufen würde, wäre jeder Verantwortliche sofort gefeuert. Wir haben uns echt die ganze Zeit gefragt, was wir da überhaupt machen. Wenn du die Übersetzung im Ohr hast, ist alles, was du hörst, dies ist ein sehr lustiger Mann, er macht lustige Sachen. Hier zeigen wir ihnen einen Einspieler, dies hier ist die Frau, die so tut als ob und auch sie ist sehr lustig. Und dann hörst du nur noch bla bla bla. In den USA entdeckt man die Sendung und ist irritiert. Die New York Times staunt offen darüber und nennt die Sendung sehr deutsch. Das US-Magazin The New Republic schreibt, wetten das sei ein bisschen rassistisch und ein bisschen sexistisch. Das Konzept sei schwierig zu erklären und bestätige leider die schlimmsten Vorurteile über Deutsche. Humorlos, etwas seltsam und schlechter Modegeschmack. Internationale Gäste wirken mit der Zeit immer deplatzierter auf diesem enthemmten, leicht surrealen Kindergeburtstag für Erwachsene. Ich liebe 50 Cent, er ist ein toller Mann. Bro, das ist nicht passiert. Das ist nicht passiert. Das ist nicht, nein. Bro, was? An dem ist auch was dran. Schreibst du hast? Ja. Da sind jetzt die kleinen drin und es sind eckige und runde drin und ein paar achteckige. Das ist doch toll. Aus Liebe, aus Leidenschaft, aus Herz und Glück. Sehr schön. Digga, warum ist da 50 Cent, Bro? Das ist so random. Michael Bublé sagt später, wenn er gewusst hätte, was das für eine Show ist, hätte er vor der Sendung Gras geraucht. Auch der Schauspieler Will Arnett hat wetten, dass einfach nicht verstanden. Ich war in Berlin und ich war das verrückte Talkshow, als ich da war. Du warst? Ja, das war, das war, das war, das war, das war, was heißt, was ist, was ist passiert? Das war, das war, das war. Die Quoten sinken von Folge zu Folge. Fremdscham begleitet jede Show. Wetten, das erfährt seinen absoluten Tiefpunkt im deutschen Mekker. Alter, ich wusste nicht, dass das so abgesaust ist da mit dem Moderatorenwechsel, holy shit. Das Einzige, was der Arzt mir vorgeschlagen hat, ist Rektalmassage. Stopp, 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 stopp. Das ist eine ganz seriöse. Da wirst du verstehen, dass ich gesagt habe, das mache ich nur, wenn es der Lanz macht. Am Ende der Mallorca-Ausgabe findet eine sogenannte Lanz-Challenge statt. Lanz tritt gegen jemanden aus dem Publikum an. Er will sich mit einer Frau im Limbo messen. Schlägt sie ihn, gewinnt sie eine Reise nach Hawaii. Samstagabend, ein volles Stadion, Millionen Fernsehzuschauer. Niemand ahnt, wie unangenehm die Limbo-Challenge werden wird. Hä, wisst ihr alle, worum es jetzt geht? Ich kenne es nicht. Hallo. Nochmal. Nochmal? Mach mal nochmal, richtig. Achso. Nee, auch nicht so. Nee, nee, in der Karibik wird es auf den Unterschenkeln getanzt. Auf den Knien? Ich denke, das geht so. Ich hätte das jetzt so gemacht. Nee, nee, der Rekord liegt bei 36 Zentimeter. Nee, nee, du machst es nochmal vor, Stefanie, bitte. Aber richtig. Nein, das ist nicht richtig. Nein, das ist nicht richtig. Ich habe eine Limbo-Schule früher geleitet. Wir können jetzt gerne mit die Media gucken, liebes Lindy. Gottschalk, Bro, what the fuck, Alter. hätte vielleicht gewusst, wie man das löst. Lanz schlägt eine Ersatz-Challenge vor. Am Ende gewinnt Howard Carpendale für die unsympathische Wettkandidatin. Howard aus München hat gewonnen. Alles gut, alles gut. Viel Spaß auf Hawaii. Danke. Ja? Danke. Nein, 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 nein. Howard, herzlichen Dank. Ein großer Spaß bei dir. Das Echo auf die Selle. Bro, what the fuck. Also, das ist natürlich, muss man auch sagen, ist natürlich auch eine schwierige Situation. Was machst du da? Du willst dann irgendwie die Show retten, du willst dann aber auch irgendwie diese Frau da irgendwie jetzt nicht komplett auch vor Fernsehen durchbeleidigen. Ist nicht easy, you know? Aber man muss auch sagen, man muss auch ganz klar sagen, auf Malle eine Show zu machen, Bro, ist auch wild, Bro. Also, ich glaube, das ist schon der erste Schuss ins eigene Knie, Bruder. Also, das ist schon so, weißt du, die waren gestern, waren die noch, äh, hier, wie heißt es, dieser Bierkönig und heute sind die da, you know? Das ist so, das ist schon, da beginnt schon der Fehler, habe ich das Gefühl. Na, das war zu gottscheiden Zeiten immer so ein Sommerheil. Ach so, das gab es vorher schon. Okay, gut. Aber ich dachte, das war jetzt so eine Special Show mäßig. Okay, gut, okay. Ja, dann, dann anscheinend hat das funktioniert. Ja, aber crazy, what the fuck. Das ist trotzdem wild. Sah auch, ich finde, von der Optik her, sah es auch echt cool aus, so diese so Colosseum-mäßige Nummer, Alter, sah fresh aus, sah fresh aus. Hat es krass, so Open Air auch und so, sah echt cool aus. Dastrophe, die Quote auf einem Rekordtief. Das ZDF gibt bekannt, die nächste Mallorca-Ausgabe zu streichen. Ein Jahr später mit Wetten, dass, komplett eingestellt. Doch dann gibt es doch nochmal ein Comeback. 2021. Zehn Jahre nach Gottscheiks letzter Sendung. Das ZDF beschließt, die Sendung wiederzubeleben. Drei Ausgaben soll es noch geben. Nostalgie und die altbekannten Gesichter sind schön zu sehen. Es ist aber nicht mehr dasselbe. Wetten, dass hat über Jahrzehnte für besondere Momente der deutschen Fernsehgeschichte gesorgt. Bro, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde, sowas sollte dann einfach, also so, auch wenn ich, Bro, ich würde mich super freuen über einen Schlag den Grab, Re-Launch oder whatever. Aber ich sage ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es wirklich, wirklich will, you know. Ich will einfach, dass es in meinem Herzen so bleibt, wie ich es in Erinnerungen habe. Und ich habe das Gefühl, Real Talk, also klar, da geht es ja nicht nur um irgendwie Erinnerungen und Nostalgie, sondern da geht es halt einfach um Kohle, sind wir ehrlich so. Aber ja, jemand schreibt gerade, wie Varro. Ja, Bro, Real Talk. Wir waren einfach jünger, als Varro lief. Digga, ein Varro, wie Basti auch immer sagt, ein Varro heute wäre nicht annähernd so, wie Varro damals war. Und es kann nur, also, ne, auch wenn es cool wäre, und ich würde es unfassbar feiern, wenn es stattfinden würde, aber es kann nicht, es kann nicht das matchen, was wir in unseren Erinnerungen haben. Weil es durch Nostalgie einfach auch ultra krass aufgeblasen ist. Wir haben das noch, es war geil, aber wir haben es noch viel geiler in Erinnerungen. Das kann man gar nicht, das ist gar nicht möglich zu matchen, glaube ich. Das sollte einfach in der Vergangenheit bleiben und ich glaube, das hätte hier auch einfach so passieren sollen. Doch die Unterhaltungswelt hat sich verändert. Süß. Und über 26 Millionen Views. Listen, nobody wants to talk about this. Immer weniger Menschen schauen Fernsehen. Das Format Wetten, dass und Gottschalk sind alt geworden. Es wirkt teilweise so, als sträube man sich, mit der Zeit zu gehen. Die finalen Worte von Gottschalk bestätigen das. Er höre aus zwei Gründen auf. Zum einen, weil er viele seiner Gäste nicht mehr kennt. Fair. Der zweite Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Das ist auch keine tolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Gottschalk beklagt, dass er im Fernsehen nicht mehr so reden könne wie zu Hause. Das stimmt vielleicht auch. Er übersieht dabei aber, dass nur er bei Wetten, dass so reden durfte wie zu Hause. Er war das Familienoberhaupt. Vor allem weibliche Familienmitglieder und ausländische Gäste haben die ungehemmten, teilweise übergriffigen Sprüche und Aktionen oft einfach geschluckt. Wer würde sich schon trauen, vor 15 Millionen Zuschauern dem beliebtesten deutschen Showmaster wieder Worte zu geben? So, was können Sie die Chinesen aber schnitzeln mit Messer und Gabel essen? Warte mal. Nö, egal. What the fuck? Bro. Eigentlich hat sie mir versprochen, dieses Hemd andersrum zu tragen, aber sie hat sich doch nicht dran gehalten. Wir haben Glück, denn alle sehen gut aus. Die hören auf mein Kommando. Wenn ich jetzt sage, bitte umdrehen, dann drehen die sich alle um. Bitte umdrehen. Also, Freunde, ich weiß nicht viel, okay? Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass der Kollege hier mit der Digi-Cam ein regelmäßiger Besucher der Venus ist, Bro. Alter, der steht in der ersten Reihe, Junge, wenn da die Squirting-Show beginnt, Alter. Und da wird aber die Digi-Cam durchgeklickt, Junge. Holy shit. Scheiße, ey, mit der Digi-Cam. What the fuck, Alter. Dann jammer am alles, was davor steht. Du musst das Mutti versprechen, dass du hochgeschlossen kommst, gell? Trau mich gar nicht, dir die Blumen zu geben, weil... Bitte, das ist therapeutisch. I just, I just want to show the T-Shirt, okay? Oh. No, my boots are here. Aha, may I help you? Kalt oder warm? Eher kalt. Uh. So nice. Thank you. Nice to meet you again. Ja, du darfst ihn küssen. You can, you make kiss him now. Now? Yes. Danke. Bye, Baby. Oh, richtig. Voll auf die Lippe. Und in Slowmotion noch einmal. No. No. Vor 20, 30 Jahren galten einige seiner Bemerkungen und Aktionen vielleicht als, in Anführungszeichen, normal. Die Aktionen waren oft sexistisch. Die Sprüche waren häufig etwas rassistisch. Nur war das gesellschaftlich eben akzeptierter. Wir finden es gut, dass das heute nicht mehr so ist. Die Cancel-Culture-Keule zu schwingen, sobald öffentlich die Frage gestellt wird, ob dieser oder jener Spruch nicht vielleicht doch unangemessen war, gerade von jemandem, der für Jahrzehnte einen Sonderstatus in einer starken Machtposition vor einem Millionenpublikum genossen hat, hätten wir mehr Selbstreflexion erwartet. Für uns sind Wetten, dass Kindheit und Thomas Gottschalk eine Fernsehlegende. Doch der Abgang hinterlässt für uns einen bitteren Beigeschmack. Voll schade einfach so. Bro, Real Talks, das hätte man einfach, also überlegt mir, der wäre als Legende gegangen und jetzt ist es so, also ist trotzdem irgendwie eine Legende, muss man fairerweise sagen, aber so, checkt ihr, was ich meine, so, so, Bro, für drei Sendungen, lass doch gut sein, Digga, lass doch, also so, dasselbe wäre mit Raab. Ja, vielleicht, also ich weiß nicht genau, wie der so drauf ist, aber so, könnte auf jeden Fall sein, ja. Also so, selbst wenn er jetzt nichts irgendwie Kritisches sagen würde oder irgendwas, wäre es einfach, es wäre ja nicht mehr dasselbe, Bro, einfach, Bruder, und ganz ehrlich, die haben, also die haben ja auch alle einfach genug Knete, so. Das sollte einfach in der Vergangenheit sein und dann ist gut halt. Ich weiß nicht. Raab hat wenigstens richtig einen Cut gemacht. Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, obwohl da soll doch irgendwas kommen, oder? Cheers. Liegt nicht. Ich dachte, es soll nochmal irgendwie Tivo Total oder so geben oder sowas. Irgendwas war doch da. Gibt es schon? Ich meine, mit Raab, also ich meine, mit ihm. Was soll ich dazu sagen? Ich hab mehr Fans als du Kann mich eigentlich nicht beklagen Nur einfach diesen Tag Erfüllst du dir ein Ohne mich wärm deine Arme